Ich werde euch etwas Schönes zeigen. Alle schreien um Gnade. Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sich was ändert. Ihr seid Marionetten. Verfangen in Fäden wie Ketten. Das ist das Ende. Das Ende unseres gemeinsamen Weges. Nichts ist für die Ewigkeit. Jetzt bin ich frei. Die Zeit der Käffen ist vorbei.